Herzlich willkommen im zweiten Impuls-Video für das Seminar Utopie plus Dystopie gleich Prognose. Die Zukunftserzählungen, mit denen wir uns heute beschäftigen, sind schon etwas älter, das hatte ich ja schon angekündigt. Und es soll dabei um vergangene Zukunfte gehen, was es damit auf sich hat. Und ein paar weitere Dinge, die ich Ihnen mitgeben möchte, um Ihre schönen Diskussionen, die auf dem Padlet schon laufen, fortzuführen, finden Sie jetzt in den nächsten, ich hoffe, nicht mehr als 20 oder 25 Minuten. Ich möchte anfangen, wie ich letztes Mal aufgehört habe, mit Frankensteins Monster bzw. Dietmar Darts Genreaufruf. Wer in Metiers weiterarbeiten wollte, deren Bildtext und Klangwelten von jener Herrschaft und jener Ideologie zusammengehalten worden waren, musste jetzt Lebendiges aus Leichenteilen zusammennähen. Sie wissen, es ging hier um Mary Shelley's Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus und die Frage, ob diese Bestimmung dessen, was Literatur kann, wie Aufklärung zu funktionieren hat und die Idee davon, was nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Kunstwerk ist, dazu beitragen konnten, dass sich das SF oder Science Fiction als Genre bzw. Modus überhaupt erst entwickeln konnten. Und genau an der Stelle arbeiten wir jetzt natürlich weiter. Erstens geht es hier um Texte, die auch in Dietmar Darts Worten nun als Proto-Science Fiction, also als Vorläufer bei Wikipedia finden Sie zu Kurt Laswitz auch den schönen Ausdruck, einer der Väter der Science Fiction. Ich bin immer sehr froh, wenn das so genealogisch gedacht wird. Nur um es sicherzustellen, ich markiere hiermit meine ironische Haltung dazu. Aber tatsächlich beginnen wir jetzt sozusagen früh oder vielleicht auch eben nicht früh. Darum geht es ja heute, um zu schauen, wie diese verschiedenen Bearbeitungen des Modus einerseits sich thematisch treffen, andererseits strukturell treffen und um weiterhin daran zu arbeiten, was ist eigentlich diese Zukunft? Wie kann man feststellen, ob es sie gibt? Wir hatten letztes Mal auch die Frage, ist das eine wirkliche Zukunft oder ist das eine nicht so wirkliche Zukunft? Und mit diesen Fragen können wir uns an diesen Texten ganz gut beschäftigen, die eben bereits, wie Darts das für Mary Shelley feststellt, schon nur noch aus Leichenteilen zusammennähen können beziehungsweise aus vorhandenen Dinge zusammenfügen können, von denen sie dann erwarten, dass es etwas Neues gibt. Nur damit Sie wissen, woher ich den Titel für den Themenblock klaut habe, das ist der Titel eines Buchs von des Historikers Reinhard Koselek, in dem es um die Semantik geschichtlicher Zeiten geht, also um eine Theorie, die das Auffinden von Äußerungen über Zeitempfinden in der Geschichtswissenschaft organisieren kann. Und jetzt versuche ich mal eben, ob ich mich, nein, kann ich nicht, spontan verschieben kann, weil ich natürlich mein Zitat überdeckt habe, aber ich werde es Ihnen jetzt vorlesen und die Folien, wenn Sie möchten, später gerne zur Verfügung stellen. Am Anfang in Reinhard Koseleks Text heißt es, die Hypothese ist, dass sich in der Differenzbestimmung zwischen Vergangenheit und Zukunft oder anthropologisch gewendet, zwischen Erfahrung und Erwartung, so etwas wie geschichtliche Zeit fassen lässt. Nochmal, es handelt sich hier um ein geschichtstheoretisches Werk, das heißt, wir haben eben nicht die Frage danach, was Zukunft in Literatur ist an erster Stelle, beziehungsweise wie Literatur Zukunft produziert, das ist ja das, was wir uns fragen, sondern wie überhaupt so etwas wie Zeit greifbar und beschreibbar wird für die Geschichtswissenschaften. Reinhard Koseleks Ansatz, das Ganze zwischen Erfahrung und Erwartung, beziehungsweise er führt dann die Begriffe oder die historischen Kategorien des Erfahrungsraums und des Erwartungshorizonts ein. Zu machen ist für uns aber nicht ganz unwichtig und ohne, dass ich das jetzt weiter ausführen kann in der Kürze der Zeit, wollte ich doch darauf hinweisen und gleichzeitig auf den Aufsatz von Mark Schmidt Beyond the Future hinweisen, in dem das Ganze im Einzelnen nochmal erklärt wird. Ich rate aber auch wie immer dazu, sich den Originaltext einmal anzuschauen. Vielleicht kommen wir im Weiteren noch dazu oder jemand von Ihnen möchte darüber posten. Weswegen ich das hier anbringe, ist, weil vergangenen Zukunft nicht nur so eine Art, also auch, aber eben nicht nur so eine Art lustiger Twist auf unsere literaturhistorische Perspektive in diesem Themenblock ist, der sich also damit beschäftigt, wie sozusagen in alten Texten von 1909 und 1926 Zukunft Science Fiction generiert wird. Und zumindest in Metropolis lässt sich ja schon von einer Zukunft sprechen. Das müssten wir nochmal genau angucken in beiden Texten. Wo wir uns jetzt hinstellen könnten, und wenn wir es uns einfach machen, gerade bei Metropolis, ginge das relativ leicht, gucken wir eben, naja gut, wenn der Text jetzt rechnet, ungefähr 110 Jahre, 111 Jahre in die, stimmt gar nicht, jetzt bin ich bei Laswitz, also ungefähr 193 Jahre sind es in dem Fall von 1926 aus. Ich sollte nicht rechnen in den Videos. Wie auch immer, wenn dieser Text also quasi 100 Jahre in die Zukunft rechnen würde, Metropolis jetzt, wären wir ja ungefähr in unserer Jetztzeit. Und dann könnten wir schon feststellen, naja gut, die Autos sind noch relativ altmodisch. Was die an Kommunikationsmitteln haben, steht hinter unseren Weih zurück und so weiter und so fort. Aber das habe ich ja bereits öfter schon gesagt. Diese Art von Abgleich damit, was wahr geworden ist, bringt uns ja nicht viel. Denn was wäre der Erkenntniswert davon, festzustellen, dass Thea von Habu und dann eben durch den Film, auf den ich noch kurz zu sprechen kommen werde, Thea von Habu und Fritz Lang sich sozusagen nicht richtig vorgestellt haben, wie die Zukunft aussieht. Was Reinhard Korzelik jetzt macht, nicht unbedingt in erster Linie an Literatur, aber durchaus auch, ist zu schauen, wie diese verschiedenen Ausdrücke, auch sprachlichen Ausdrücke darauf, wie über Zukunft überhaupt gesprochen wird, möglich machen, was dann sozusagen als Zeit beschrieben werden kann, was überhaupt als historische Zeit empfunden werden kann und wie man sich darüber überhaupt positioniert. Das heißt, es geht sozusagen gar nicht so sehr darum, dass bestimmte Dinge nicht wahr geworden sind oder in ihrer prognostischen Fähigkeit begrenzt sind. Ich glaube, das ist auch ein fehlgeleiteter Vorwurf, den man dann, oder was heißt Vorwurf, oder eine fehlgeleitete Annahme, dass jemand wirklich voraussagen wollen würde, was in einer bestimmten Zukunft passiert mit solchen Texten, sondern die überhaupt erst mal genau diese Art von Differenz zwischen Erfahrung und Erwartung konstituiert. Und in dieser Differenz finden eben auch Texte statt beziehungsweise bildet sich die Literatur aus, mit der wir uns in diesem Seminar beschäftigen. Hier nochmal die beiden Texte von 1909 und 1926. Ich habe es mir richtig gemerkt, ich bin ein bisschen stolz jetzt. Die leider ja beide nicht in, also hier Sternentau ist ja über archive.org, wenn ich mich jetzt nicht irre, verfügbar. Und Theo von Habus Text ist irgendwie in etwas seltsamen Ausgaben verfügbar. Diese hier vom Milena Verlag hatte ich zur Verfügung, deswegen zeige ich Ihnen dieses Cover, es gibt noch einige andere. Ist aber vielleicht an sich auch ganz interessant, wie die Überlieferungsgeschichten dieser Texte funktionieren. Auch Sternentau ist jetzt ja keiner der Texte, die irgendwie in der ersten Riege der Texte, die man in der Germanistik noch liest oder überhaupt liest, zu finden wäre. Nichtsdestotrotz halte ich gerade diese beiden Texte für ganz interessante Beispiele. Von Kurt Laswitz müsste man natürlich, jetzt komme ich nicht drauf auf, oder zwischen zwei Planeten lesen oder seine poetologischen und theoretischen Überlegungen zu Wirklichkeiten. Ganz interessant, dass es da schon im Plural steht. Theo von Habu wird, glaube ich, selten, ich weiß gar nicht, ob sie wurde, aber wird, glaube ich, selten noch direkt gelesen, was ich ganz schade finde und mich also freue, dass wir jetzt darüber sprechen. Ich halte mich mit den biografischen Details zu beiden zurück. Nur ein paar Eckdaten. Kurt Laswitz wurde 1848 geboren, lebt bis 1910. Sternentau ist also der letzte Roman, der von ihm erschienen, ist ein Jahr vor seinem Tod. Und ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, aber sonst korrigieren sie mich gerne jederzeit. Thea von Habu wurde 1888, also 40 Jahre später geboren, starb 1954. Sie können beide unterschiedlich illustre Leben jederzeit nachlesen. Es gibt für beide Wikipedia-Artikel und sie finden auch einiges andere dazu. Weswegen ich die Biografie hier überhaupt erwähne, ist, dass ich ganz interessant finde, dass Kurt Laswitz einer der ersten oder ein prominenter Wissenschaftskommunikator war. Das finde ich deswegen interessant, weil sie ja auch wissen, dass es etwas ist, was ich für sehr wichtig halte, sowohl von den Geisteswissenschaften aus als auch und gerade von den Naturwissenschaften. Da finden wir uns ja in einem nicht ganz uninteressanten historischen Moment für diese Fragen. Und Kurt Laswitz hat offenbar von Abschluss seiner Dissertation an gesagt, dass die Naturwissenschaft popularisiert werden kann und muss. Und in diesem Sinne werden auch seine Texte oft gelesen, dass es sich hier tatsächlich auch um Extrapolation und Popularisierung von naturwissenschaftlichen Inhalten handelt. Und das können wir uns auch nochmal im Einzelnen angucken. Bei Thea von Habu ist das ein bisschen anders gelagert. Metropolis entstand nahezu zeitgleich mit dem Drehbuch zum gleichnamigen Film. Und hat einen, das werden Sie sofort gemerkt haben, ganz anderen Ton als Sternentau. Es geht also weniger sozusagen um die Erklärung dessen, wie funktioniert, was dort funktioniert. Und ich spare mir bei beiden die Plotangabe beziehungsweise halte sie maximal kurz. In Sternentau geht es um eine First Contact Geschichte, also um eine außerirdische Lebensform, die Menschen zunächst vorkommt wie Pflanzen und dann zeigt, dass auch auf der Erde Kontakt und Kommunikation stattfinden zwischen Akteuren, die Menschen als solche gar nicht bewusst waren, sprich Pflanzen. Bei Thea von Habu geht es um eine massive Maschinenstadt. Und ich glaube, wir hatten ja den Unterschied schon bei Dietmar Daat zwischen dem, worum es geht in einem Roman und das, wovon der Roman handelt. Und es geht ja um die Geschichte des Sohns, also des Vaters, eines Vaters, Jo Fredersen, der das Hirn dieser Stadt ist, dieser großen Maschinenstadt, der bestimmt, in welchem Rhythmus gearbeitet wird und damit eben auch alles Weitere, seinen Sohn, den irgendwie verwöhnten und dadurch vielleicht auch gefühls-offen-gewordenen Nachkommen, dieses Jo Fredersen, Freda Fredersen und seine Liebe zu Marie, einer Rebellin, wenn man so will, guten Herzens. Und dann gibt es noch diesen Plot mit einem Erfinder, der dann diese Maschinenfrau nach Maries Ebenbild schafft. Und dann gibt es alle möglichen großen, durchaus melodramatischen Zusammenstöße. Sie wissen es ja, bei Sternentau geht es nicht ganz so melodramatisch zu. Es gibt viele Diskussionen darüber, wer nun das Recht hat, auf der Erde zu leben, ob man die Menschen denn dort leben lassen kann, ob es wert ist, diese Art zu schützen und so weiter und so fort. Sie merken daran, dass ich das alles schon ein bisschen zusammenrühre, dass es mir jetzt sozusagen um den Vergleich dieser sehr unterschiedlichen Texte geht. Thea von Habus Metropolis, so viel möchte ich noch mal betonen, lässt sich also schwerlich als Naturwissenschaftskommunikation lesen. Und wir müssten hier vielleicht mal darüber diskutieren, was das eigentlich heißt für ihren Status oder den Status dieser Texte als Science Fiction. Wie gesagt, wenn sie Dietmar Dard folgen, dann ist Kurt Laswitz' Text oder Kurt Laswitz' Werk, Oeuvre, wenn man so will, sozusagen Proto-Science Fiction. Und Thea von Habus ist schon so gefestigt in ihrem Science Fiction-Status, dass es zu diesem Zeitpunkt sogar schon schlechte Science Fiction geben kann. Soviel, ich verkneife mir das jetzt, weil ich das ganz interessant finde. In dem Nachwort, das hier in der Milena-Ausgabe von Metropolis ist, wird auch zuerst Luis Buñuel, Luis Buñuel, der spanische Regisseur, zitiert, der eben ganz grauenvoll findet, wie sich diese Liebesgeschichten auswachsen. Aber die Vorstellung der Stadt und dieses, er nennt es wohl nicht dystopisch, aber so könnte man es zusammenfassen, dieses dystopischen Maschinenbilds, das Funktionieren von Mensch und Lebenswelt, ganz großartig. Ich finde das eine, schreibt er dann von Habu vor, also das Sentimentale, liegt natürlich an der Drehbuchautorin. Das fantastisch vorgestellt und inszeniert, liegt am Autor. Und worauf ich hinaus will, ist, was ich ganz interessant finde, ist, dass ich an diesem Roman so eine Art von, Kritik der Kritik auch schreiben ließe. Also man könnte sich auch ganz gut mal angucken, gerade weil viel unklar ist über die Entstehung und den Verbleib des Films und so weiter und so fort. Und Thea von Habu und Fritz Lang eben auch so ein schillerndes Paar in der Weimarer Republik waren. Alle möglichen dieser Sachen haben sich eben schon einige Geschichten drumherum gerankt, die uns jetzt aber nicht weiter interessieren müssen. Ja, ich muss in diesem Semester offenbar wieder üben, wo mein Kamerabild ist. Ich werde es aber jetzt einfach so weiterführen und Ihnen das vorlesen. Was für Kurt Laswitz Roman interessant ist, ist der wissenschaftliche Kontext, in dem sich das beschäftigt. Einerseits könnte man jetzt davon reden, dass es sich um einen botanischen Roman handelt. Und ich bin sehr geneigt, das so zu lesen, der sich mit verschiedenen Dingen beschäftigt, die zu der Zeit überhaupt erst in so ein populäres, imaginäres Eingehen. Es handelt sich um einen Weltraum-Reiseroman, der in der Hinsicht so ähnlich ist wie Wells' Zeitmaschine, Jules Verne's Texte und so weiter und so fort. Allerdings eben in der Richtung ganz interessant ist, weil es eben nicht sozusagen von der Erde weg geht in erster Linie, sondern auf die Erde hin. Und das ist eine ganz interessante Bewegung, gerade im Blick darauf, dass es um Pflanzen geht oder auch um Pflanzen geht und die Möglichkeit der Kommunikation, weil sich dadurch im Grunde ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts schon einen Zusammenhang realisiert, der dann erst mit den Umweltbewegungen in den 1960er, 70ern wieder aufkommt, nämlich dieser Blick auf den eigenen Planeten als einen biosphärischen Zusammenhang. Und das ist jetzt anachronistisch ausgedrückt, aber in der Kürze werden Sie mir das verzeihen. Einer der Intertexte von Sternentau ist Gustav Theodor Fechners Text Nanna oder über das Seelenleben der Pflanze. Also ein schon wissenschaftlich ausgehender, aber durchaus ins esoterische, aber gar nicht, also das ist jetzt in dem Fall nicht priorativ gemeint, esoterisch gehende Bild von Pflanzen, das dazu dient, zu zeigen, dass im Grunde sämtliche Dinge und Wesen auf der Welt beseelt sind. Also ein animistischer Text, wenn man so will. Vieles davon werden Sie wiederfinden. Was aber ganz interessant ist, ist, dass hier eine Diskussion, eine philosophische Diskussion wiederbelebt wird Mitte des 19. Jahrhunderts, die auch jetzt gerade wieder immer wichtiger wird. Also die Frage darum, ob Pflanzen eine Seele haben und die geht erstmal weniger darum, heute spricht man viel von der Frage danach, ob Pflanzen intelligent sind. Es geht bei beiden Fragen weniger darum, ob sie eine Seele haben wie Menschen oder ob sie intelligent sind, wie Menschen, wie intelligent auch immer das sei, sondern darum, ob sie überhaupt sozusagen so etwas wie Handlungsfähigkeit besitzen. Sentience, Agency sind Begriffe, die dann damit reinspielen, gerade im englischen Diskurs. Sie werden gleich sehen, warum der dafür besonders wichtig ist im englischsprachigen Diskurs. Bei der Frage um die Pflanzenseele geht es also, wenn man das ganz weit runterkocht, vor allem die Frage, ob Pflanzen überhaupt Lebewesen sind. und das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, denn ja, sie haben Zellen, die ganzen Energieerhaltungs- und Energieproduktions- und Energieverbrauchsabläufe, die für lebendige Zellen wichtig sind, laufen hier ab. Das war auch in der Antike schon klar, auch als es noch keine Zellbiologie in dem Sinne gab, aber man kann ja, wenn man den Pflanzen auch beim Wachsen nicht direkt zusehen kann, ist gerade Menschen, die Gärten haben, die in gemäßigten Klimazonen leben und so weiter und so fort, Menschen, die über längere Zeit die gleiche Pflanze betrachten können, natürlich Pflanzenwachstum als etwas bewusst, was eben auch eine Bewegung über Zeit angeht und das ist, Sie wissen, das ist mein aktuelles Forschungsthema, also die Frage nach den Pflanzen, ich habe die Literary and Cultural Plant Studies unten auch schon aufgeführt, diese Frage nach der Zeitlichkeit und der Wahrnehmbarkeit von Zeit ist eine, die sich anbietet und gerade auch anschickt, wenn ich dieses etwas altmodisch verwortet benutzen darf, nochmal die Frage nach der geschichtlichen Zeit neu zu stellen, also die Frage danach, wessen Zeit eigentlich der Maßstab ist, zum Beispiel auch für die Frage danach, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, denn vielleicht kennen Sie das aus dem Herrn der Ringe, wenn die Ends angesprochen werden, die sich erstmal beschweren, dass man plötzlich so hektisch mit ihnen umginge, weil ja nun der Zeitraum, in dem sie existieren, ein ganz anderer ist, als der, in dem Hobbits und Menschen und Elben existieren. Soviel nur dazu, um sie anzuteasern, ich werde wie immer sehr gerne auch noch weitere Texte dazu empfehlen, aber das ist einer der Gründe, warum ich diesen Roman so interessant finde, also sozusagen die Rückwendung auf die Erde ist nicht nur ein, es ist ja dann eben nicht mehr geografisch, aber sozusagen ein räumlicher Blick, ja, vom Neptun auf die Erde, der in diesem Roman inszeniert wird, sondern einer, der auch den Gedanken von Außerirdischen oder Aliens und den Erdenbewohnern zusammendenkt. Und worum es dann geht, beziehungsweise welche Frage gestellt wird, ist eine, die dann später auch ganz prominent Stanislav Lem umtreibt, sie kennen vielleicht Solaris und wenn sie es nicht kennen müssen, sie es unbedingt lesen, es ist ein ganz großartiger Roman. Also die Frage, wie man überhaupt kommuniziert und vor allem, wie man überhaupt Kontakt aufnehmen kann zu einer Lebensform, die vollkommen anders funktioniert als wir selbst und sie kennen sicherlich diese Vergleiche, ich glaube, das geht von Jacques Cousteau, wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue aus, dass man, bevor man weiter im Weltall forschen will, erst mal die Tiefsee erforschen muss und so ähnlich ist diese Idee mit den Pflanzen hier auch. Das heißt, man wendet sich, um diesen Gedanken auszuprobieren, wie Kommunikation, Kontakt zwischen vollkommen unterschiedlichen Lebensformen möglich ist, braucht man sozusagen gar nicht ins All reisen, auch nicht in Gedanken beziehungsweise hier so halb, sondern guckt sich die Lebewesen an, die die gleiche Biosphäre teilen, im Fall der Pflanzen sogar produzieren, die aber in einem anderen Rhythmus existieren, die sozusagen in einer anderen Welt leben, aber auf der gleichen Erde, um es mal darauf zurückzubringen. Ich habe hier, das können Sie jetzt natürlich nicht sehen, weil ich da vorbehebe mit meinem schönen Kamerabild, Kommunikation mit dem anderen, da habe ich dem anderen in Anführungszeichen geschrieben und noch mal dahinter geschrieben, dass es in fetter Anführungszeichen gemacht werden soll, weil ich das mehr und mehr problematisch finde, wie sowohl mit imaginierten Außerirdischen als auch mit anderen Lebensformen seien das jetzt so quallenartige und ich meine, Sie wissen, dass viele unserer Bilder von sogenannten Außerirdischen, von Meereswesen inspiriert sind, hier geht es um Pflanzen, dass dieses Othering an der Stelle oft eher Möglichkeiten der Interpretation verstellt und mich würde mal interessieren, welche Punkte Sie in Kurt Laswitz Sternentau gefunden haben, wo Pflanzen und Menschen sich vielleicht eher ähneln und wo dann über diese Ähnlichkeiten überhaupt erst die Möglichkeit hergestellt wird, Kontakt herzustellen. Denn was hier vor allem ins Auge sticht, sind die Unterschiede. Und ich habe hier die Kryptogramme nur mal als Stichwort aufgeschrieben, weil ich mich gerade mit Farnen beschäftige und die gehören eben zu dieser Gruppe der Kryptogrammen. Karl von Lenné hat es so benannt, weil er nicht die, weil er die Sexualorgane dieser Pflanzen nicht gefunden hat. Das sind nämlich nicht blühende Pflanzen, die sich nicht mit, also die keine Samen in dem Sinne ausbilden oder eben, überlege ich gerade, wie das heißt, Stempel und, sollte ich wissen, egal, also die sozusagen nicht in ihren Blüten und ihre Blüten als Sexualorgane haben, um dann zum Beispiel von Insekten befruchtet zu werden oder im Wind oder sonst irgendwas, wo man also quasi die ganzen Fortpflanzungsprozesse beobachten und Karl von Lenné hat sie eben auch zur Ordnung der Pflanzenwelt benutzt, sondern diese Kryptogramme, Krypto heißt geheim, sind sozusagen geheimsamen, man wusste lange nicht, wie das passiert und im Roman wird es ja ganz am Anfang eben auch erklärt. Es gibt Sporen, es gibt diese Vorkeime und so weiter und so fort und das wird sozusagen eine zwei Generationen, es sind zwei Generationen nötig, um wieder sozusagen zur Hauptexistenzform zu kommen. Auch hier müssten wir mal fragen, woher weiß man denn eigentlich im Roman, welche Form sozusagen, die eigentliche Form dieses Sternentaus ist oder diese Wesen, die dann vom Neptun kommen und wie findet man das raus und wie kann man sich denn umgekehrt so sicher sein, dass man das bei sich selbst weiß. Das sind Fragen, die sich mit Hilfe von Pflanzen im Rahmen diese Literary and Cultural Plant Studies stellen lassen, die eben wenig reduziert ist auf sowas wie Nature Writing und irgendwie hübsche Texte über Blumen, sondern auch hier tief in die Science Fiction einsteigen kann. In Ingo Connells Buch Beyond Tomorrow, das es jetzt auch übrigens in der Slup gibt, auch wenn die erste Live-Phase meine sein wird, stellt Connells fest, dass der Roman nie so richtig Fuß gefasst hat. Er war nie so richtig erfolgreich in Deutschland. Das mag vielleicht auch im Erscheinungsdatum kurz vor Las Vegas totliegen und Connells stellt die These auf, dass es daran liegt, dass es eine strange mixture of Biedermeier and esoteric philosophy gibt. Ich muss mit Ingo Connells an der Stelle selbst nochmal sprechen, weil ich das so ein bisschen anders sehe. So strange finde ich die Mischung nämlich gar nicht. Das ist ja die Zeit, in der sich auch Leute wie Peter Rossäger in Österreich oder Rudolf Steiner oder diese ganzen Monteverita und sonstigen Bewegungen etablieren und um sich greifen. Hackles, Ernst Hackles Idee des Monismus, ich weiß nicht, ob es seine Idee ist, aber er Monadismus propagiert ist, greifen um sich. Also das ist vielleicht kein Mainstream-fähiges Erzählen, aber diese Art, wie das zusammenkommt, wie hier so eine Dorfgeschichten-Idylle, Sie wissen es am Anfang, wenn sie an diesem Riesengrab sitzt und über die Hügel schaut und dann hinschaut, wie das Land langsam seiner Ressourcen beraubt wird und so weiter. Das ist etwas, was vielleicht nicht, was wir nicht gewohnt sind, mit so einem außerirdischen Plot zusammenzulesen, was aber durchaus passt, weil hier, und das werde ich jetzt nicht allzu ausführlich machen, weil ich hoffe, dass Sie mir darüber noch mehr erzählen, weil hier mit zu beobachten ist, wie die Figuren sich selbst fremd werden in der Erfahrung, die sie da machen und wie sie vielleicht eine gewisse Form von, ich benutze jetzt einfach diesen Marx-Schonbegriff, Entfremdung von ihrer Umwelt oder wovon eben hier auch in dieser Geschichte projizieren. Wichtig ist, dass Connals, wie ich finde, ganz richtig feststellt, dass dieser Roman sich anders liest, wenn man ihn 2020 oder dass er Roman sozusagen mehr Resonanz erzeugt, wenn man ihn 2020 liest oder 2010 von mir aus auch als vielleicht sogar 1910, weil wir jetzt eben in der Frage, welchen Einfluss wir als Menschen auf die Biosphäre, auf die Erde als Lebensraum nehmen, eben auch unsere Beziehungen zu anderen Wesen neu denken müssen und das ist der Knackpunkt, an dem ich glaube, dass sich Metropolis und Sternentau und Sie sehen, Ingo Connals tut es auch hervorragend zusammenlesen lassen. Ich lasse es an der Stelle so offen und gehe über noch zu ein paar Punkten zu Metropolis und da ich den Eindruck hatte, dass diesen Roman noch ein paar mehr Leute gelesen haben, zumindest sieht es im Padlet jetzt gerade so aus, würde ich sagen, dass ich mich hier kürzer fassen kann, um das einmal mehr zu versprechen und wahrscheinlich nicht einzuhalten, weil ich das auch hier ganz spannend finde. Ich hatte ja schon diese seltsame Kritiklage erwähnt und verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde viel an dem Roman und auch an der Darstellung in dem Film, so wie er jetzt verfügbar ist. Sie kennen vielleicht diese Geschichte, dass der gekürzt werden musste und da war lange verschollen und da wusste man das alles nicht, man wusste nicht so genau, was sozusagen der Directors Cut dieses Films ist. 2010 wurde auf der Berlinale eine restaurierte Fassung gezeigt. Ich glaube aber, es macht Sinn, wenn wir uns im Seminar sehr deutlich auf den Text beschränken. Das soll nicht heißen, dass wir mit dem Film nicht arbeiten können und nicht mal reinschauen können, wie das funktioniert, aber ich glaube, wir haben mit dem Text schon genug zu tun, denn eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie viele, es wird dann oft davon gesprochen, dass es so viele Klischees sind, die in dem Text vorkommen und ich wüsste einfach gerne, welche genau das sind, welche Erzählungen hier wieder aufgegriffen werden. Eine hatte ich ja schon genannt, ich habe am Anfang Frankensteins Monster gezeigt und Sie haben hier diese ganze Tradition des künstlichen Menschen, bei der Mary Shelley ja beileibe nicht die einzige ist, denken Sie an Pygmalion in Uvids Metamorphosen und von da aus ausgehend alle möglichen Fassungen, die schön oder weniger schön, gruselig oder weniger gruselig sind, Eichendorfs Marmorbild, die ganze Geschichte um den Golem, da gibt es diesen Roman von Meiring und so weiter und so fort, also Sie haben diese ganze Tradition des künstlichen Menschen hier drin, Sie haben diese Marienthematik und so weiter und so fort, ich werde es jetzt eben gerade nicht auflisten, weil das etwas ist, was ich gerne von Ihnen mal wüsste, wie viele Erzählschichten hier sozusagen zusammengepresst werden und dann auf eine, finde ich, gar nicht blöde oder irgendwie zu unterschätzende Weise reduziert werden. Also das Bild, das ich mir gerade vorstelle, ist, wie man wirklich aufeinanderschichtet und dann schneidet man quasi so eine klare Form rein. Also es wirkt sehr, sehr einfach erzählt an vielen Stellen, auch da, das ist jetzt eine Behauptung, die stehen bleibt, ich hätte gerne von Ihnen mal eine Einschätzung, ob Sie das so ähnlich sehen und wenn ja, woran Sie das festmachen würden, die aber gleichzeitig unglaublich, in unglaublich viele Richtungen anschlussfähig wird und das ist vielleicht eine der Sachen, die das Ganze so interessant machen und wir dürfen vielleicht dann doch nicht aus dem Blick verlieren, dass der Roman wahrscheinlich ohne den Film noch weniger Interesse bekäme, denn dieser war sozusagen der erste abendfüllende Science-Fiction-Film mit unglaublich großem technischem Aufwand realisiert und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass in dem Roman eben auch schon eine ganze Menge drinsteckt und eine der Sachen, die drinsteckt, ist eben auch die Frage, wie erkennt man denn eigentlich, ob ein Gegenüber Mensch ist oder nicht? Welche Arten von Menschen kommen denn hier vor? Denn die künstliche Frau, die auch auf dem Filmplakat so prominent abgebildet wird, ist ja nur eine von verschiedenen Varianten von Menschen, die hier vorkommen, die gar nicht, finde ich, so einfach strukturiert sind, wie das diese oben-unten Struktur nahelegt, mit Jo Federsen als Gehirn oben im Turm, den Reichen an der Oberfläche und den Arbeitern mit ihren Familien und Kindern unter der Erde. Sondern die eben auch sehr deutlich zeigen, welche Art von Tätigkeit eben auch oder ob vielleicht auch die Tätigkeit bestimmt, wer man sein kann. Da müssten wir nochmal genau gucken, gerade so in dieser Szene, wo Freda Fredersen das erste Mal zu seinem Vater in diese Schaltzentrale kommt und sie sich darüber unterhalten, wie man mit den Menschen umgeht. Das ist was, was wir dringend mal vergleichen müssen mit der Diskussion darüber, was mit den Menschen zu geschehen hat in Sternentau. Vielleicht mag jemand von Ihnen das noch oder im Padlet schon mal beginnen. Hier jedenfalls ist die Frage des Erkennens mehr als so eine Art Turing-Test. Sie kennen das vielleicht, das ist der Test, wie weit eine künstliche Intelligenz fortgeschritten ist, ob sie als Mensch durchgehen kann oder nicht. Und das ist die sozusagen, wo man anfängt, Fragen zu stellen und sich zu unterhalten. Und ob das hier eine rein sprachliche Geschichte ist oder ob noch mehr Dinge mit reinkommen, an den Menschen ihr Menschsein zeigen. Das muss auch gar nicht wahnsinnig komplex sein, um am Ende ziemlich effektiv zu werden. Ich fand das jedenfalls ganz interessant und ich würde gerne mit Ihnen auch noch mal über den Expressionismus sprechen, der diesem Film oder dem dieser Film vor allem zugerechnet wird, ob das was ist, womit wir auch im Buch arbeiten können. Futurismus ist eines der Stichworte, was immer wieder darum fällt. Und auch hier geht es sozusagen um die Fragen, welche Menschenbilder, welche Frage danach, wie sich Mensch von Nichtmensch unterscheidet und welches Zeitverständnis sich daraus generiert. Ich mache es mal an einem konkreten Beispiel fest, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass die, ach, dass vielleicht seitdem mindestens, vielleicht auch vorher schon ein Klischee, diese Söhne, die auch in diesem Haus der Söhne, in diesem Luxusclub sozusagen unterwegs sind, allesamt sehr jung aussehen, gesund, gestellt, quasi wie so griechische Olympioniken in alten Vorstellungen. Und die Arbeiter, die dann in diesen Turm gehen müssen, die von der Stadt immer wieder verschluckt werden, heißt es, und dann wieder ausgespien, werden aus Freders Erzählperspektive oder aus diesem Blick immer wieder als Mensch mit zehntausendjährigen Gesichtern beschrieben, also als welche, die gar nicht die alterslos sind und die sozusagen zeitlos sind. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, dass in dem Trailer, den Sie jetzt auch auf YouTube finden für den Film, also für Metropolis, auch dieser Film beworben wird mit den Worten modern und zeitlos. Ja, also dass hier diese Frage danach, wo das Ganze sich sozusagen datieren oder situieren lässt, gar nicht klar ist. Und auch das ist etwas, wo ich glaube, dass man beide Texte ganz sinnvoll zusammenlesen kann. Die Frage danach, wo das sozusagen räumlich und zeitlich situiert ist, ist das eine Gegenwart, ist das sozusagen eine Parallelwelt, ist das überhaupt diese Zukunft, wo kommen wir da eigentlich hin? Und wo wir da hinkommen, ist nahezu unvermeidlicherweise ein weiteres Post, ja, also nicht nur Postmodern und Post dieses und jenes. Ich habe Ihnen hier auch mehr als Teaser, als dass ich das jetzt sozusagen im Einzelnen durchgehe. Das ist auch gar nicht möglich angesichts der Fülle von Theorie, die in dieses Buch mit eingeht. What is Posthumanism von Carrie Wolfe mitgebracht, weil es doch sicherlich auch das Standardwerk ist für Fragen nach Posthumanism. Und was hier ganz interessant ist, ist, dass die Frage nach der Zeit, nach der historischen Zeit und der Situierung dieses Post direkt am Anfang schon gestellt wird. Ich habe Ihnen hier erstmal nur den Klappentext mitgebracht, aber Carrie Wolfe schreibt relativ schnell, dass gar nicht so klar ist, ob Post wirklich immer nachheißt in der zeitlichen Folge, sondern inwiefern man auch diesen Gedanken einer Beschäftigung mit dem Nichtmenschlichen als eine Situierungsfrage verstehen kann, die sowohl zeitliche, räumliche als auch sozusagen körperliche, also jetzt wären wir bei Temporal, Spatial, Korporeal, wenn wir das jetzt in ein bisschen Jargon packen wollen, stellen können. Und ich würde Sie bitten, als Überlegung für unsere Diskussion, sowohl auf dem Padlet als auch nächste Woche im Videochat, mal zu überlegen, wie sich diese nichtmenschlichen Formen, Lebensformen in den beiden Texten zueinander verhalten oder eben in dem Text, den Sie gelesen haben, im Einzelnen ausbilden, wo man dann Beispiele finden kann und ob die Menschen, die, oder die menschlichen Figuren, sagen wir das mal so, die menschlichen Figuren, die als solche gezeichnet werden, überhaupt mithalten können mit dem, was entworfen wird, jenseits dieser menschlichen Form, was macht hier eigentlich die anthropologische Differenz aus, also das, was ich gerade mit dem Turing-Test sagte oder der Frage nach der Pflanzenseele, was ist es, was Menschen im Vergleich zu den anderen überhaupt auszeichnet, unterscheidet, wenn es das überhaupt tut und mit dieser Sammlung an Impulsen, womit das auch gerechtfertigt ist, dass ich jetzt doch wieder relativ viel assoziiert und überlegt habe, lasse ich sie sozusagen ins Weitere diskutieren und streiten über diese Texte, entlasse ich sie ins Streiten über diese Texte und freue mich darauf, dass wir das im Padlet und nächste Woche weiter diskutieren.